so euer wahnsinniger mountainbiker hat seinen endgegner gefunden die dolomiten waren unten in wolkenstein noch einige mountainbiker und radfahrer auf den straßen unterwegs so bin ich hier oben auf den gipfeln mutterseelen allein hier ist kein mensch mehr an der bergstation da geht es dann runde nach italien auf der anderen seite die riesengondel von italien wieder auf aber ich werde hier mit einem wahnsinns ausblick belohnt